Ich bin richtig breit, das ist glaube ich mal selb-, ja das ist nämlich selb. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rackfest hier mit Erik und Warum geh, wa- ich kann kein Gas geben. Hier mit dem Hai vor mir. Und Framy und, uiuiui! Oh mein, oh Gott, 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 oh Gott. Ja, ich bin letzter. Ich hab jetzt schon ne kaputte Denkung. Da kommt Battle Pass. Da kommt Battle Pass. Das war's, okay. Das war's. Jo. Alter, das ist glaube ich das Schreispiel hier schlecht. Ja. Hi Erik. Ich hab noch 7 HP, nachdem der Battle Pass mich einmal mischt hat. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein Rümpficker. Alter, es stehen alle auf der Straße rum, Mann. Ja, aber alle so lieb. Ja, sollen sie auf der Bühne stehen, oder was? Ja. Oder besser fahren, ey. So, Freyben, das geht bei dir auch. Ja, ich bin auch immer den Hauptkörper. Hi Freymi. Ach du Scheiße. Hallo Freymi. Hallo Erik. Hallo Juli. Der kommt mit Wohl. Der hat überrundet. Oh oh, das ist nichts verletzt. Freymi. Ja. Freymi. Ja, Auto. Uff. Uff. Ja. Alter. Dieser Drecks. Dieser Drecks. Busse. Das ist schon. Oh, Erik. Oh, Erik ist down. Ja, und ich muss über die Bande fahren. Mega nice. Ich habe keine Lenkung mehr. Ich kann nur, ich muss die Bande immer mitnehmen. Hä? 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 Warum ist deine beste Runde 30 Sekunden langsamer als meine? Hä? Hä? Weil ich in der ersten Nacht von dem gegenkommenden Battle Bus gehabt wurde noch 7 HP hatte. Hä? Das war jetzt echt genial. Ja, wie gesagt, ich komme nicht mehr lenken. Ich muss einfach... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, nicht so. Wow. Wow. Das war jetzt echt genial. Ja, wie gesagt, ich komme nicht mehr lenken. Ich muss... Ich komme nur Gas geben. Ich finde, der hat nach Spaß war, man eigentlich mal Gas geben kann. Ja, was hat das gekostet? Das kostet irgendwie so 18.000 oder so. 18.000. Nein, warte du. Lass noch einen Rufling an mir. Hallo. Hey, wieso fahre ich rückwärts? Hallo? Wer ist mit einem auch? Hallo? Ruf. Oh. Oh. Hey, Juli. Alter. Hey, Erik. Die März ist ja richtig offen, ey. Ich werde sie alle fünf Meter abkürzen. Ja. Ja, okay, aber... Wenn der Bus ins Um ist, man legt sich um mich schnell auf die Schnauze. Hallo, Diego. Hi, Juli. Hi, Leon. Hey, Erik. Leon, beschütze mich. Komm, die Erle hin. Oh, sei rein da. Niko, falsche Richtung. Der war bei Fat Give Tune Time. Jawoll. Oh, Främi. Ja. Ich wollte eigentlich an Erik rankommen, aber dann bist du dort. Ach so. Oh, nee. Kann schon wieder nicht sein. Alter Leon. Oh, lang, weiter. Oh, Niko. Das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein du bist ein spaß die hallo hallo ich bin ich bin ich bin hallo 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 frey ist gefrackt ja schon ein paar sekunden und nico 16 17 kentucky als ob eric mit dem bus jetzt irgendwie da bist du den hast aber gerade richtig mitgenommen leon fährt rückwärts oder ich bin 17 die konto muss auch lenken er hat richtig schön anseitig reinkriegt nico von nico hat einfach der mähdrescher zu leon fährt noch als ob jaja zwei runden gegen die fahrten fahren nachher ja leon der end offline was ist was ist mit nico ist der auf karl jetzt oder ich habe immerhin wie weil ihr schnell genug war ich habe ich habe enter gespand gespand in zwei bettel was zwei schulbusser mann ich will jetzt nie mit dem behinderten ich fahr auch rückwärts alter mach's gut ja was wird das ich gebe vollgas ich glaube ich bin gleich staunen ich glaube ich bin gleich staunen und da habe ich noch nicht mal eine halbe runde geschafft juli juli wie sieht eric aus hallo nico ich bin gleich ich bin gleich oh er hat sich noch da ist er hat sich schaden gemacht oh mein bett los hallo 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 främmig boah die überrasse von kränz nie mehr alter verpisst euch scheiß battle bus hat mich schön in die bande geschoben da liegt ein sarg au ah ist er von mir das kann sein hui aah ich werde ja wohl ach komm an du hast immer noch den ei drauf ich werde ja wohl ich werde ja wohl irgendeinen rennen beenden heute hallo du hast heute noch kein zeichnen du hast heute noch kein zeichnen du hast du das wetten hallo jetzt hast du mich kriegt hallo und ich bin demoliert ja ich auch du auch du auch ja was ist das denn mit hosen so ne hallo juli ein rennen beendet halt ich mich nicht gelacht wenn du jetzt ja auch so neu ist doch okay ich habe nicht gegeben oder es waren ja nur noch ja ich hab dir gut ein mitgegeben noch 321 wo ich bin recht von ich bin ganz ich bin drei zwanzigster von 18 hallo server lag ja das würde ich auch mal als direkt als ausrede ich feier es mal rückwärts rückwärtsgang ich werde da hinten geschoben also ich ziehe nix das geht nie ab der bus soll sich mal verpisten ich hab den bus rausgeschoben au auch halbiko die ersten schon dnf nein 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 stell dich auf das ist alles belastend hier hallo da kommt der hände ist irgendein rad nicht mehr ganz du hast doch alle randamme oh mein was mach ich eigentlich jetzt hinter mir alter mann ich war so gut so ein kack da fährt einfach jemand frontal in mich rein und weckt sich selbst naja nico ich habe zurückgesetzt und bin erstmal links den tügel runtergefahren 19 gut für 17 7 ah hallo ich sehe ich nicht mehr du bist geistert erich denkt an rechts geht schneller wa oh nico hat mich überrundet nice erich oh 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 der sicher ist recht schneller ja eben sag ich ja was was oh mein god oh lol ach jetzt sind es nur drei runden wieder das ist ja auch komisch ich werde vierter wuuu als ob als ob ich werde vor framie ja ja da seid ihr alle schon durch oder was bin ich das schlechteste ja ich bin 17er ne ich bin nach dir ich bin ganz hinten ja ok ich bin noch weiter hin ich bin 16er oh eric war hinter mir uuuu der hat mein abgas gerochen ne du warst zu weit vor mir ich wollte drei sekunden hä die geh ich sehen müssen ja so scheiße outtuned oh nico ah oh gott ich starte als 13 leon ist neben mir hallo juli tschüss juli aufwachs tschüss juli tschüss juli hallo eric hallo eric hi leon oh da ist ein juli vor mir oh nein wo seid ihr wo seid ihr 19er auf welchem letzten ah ihr seid bei hinten 10er uuuu 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 uuuuun erster easy 60 kmh die olga ach stimmt hier war diese stelle hallo nico schon wieder nicht mehr denken und es ist ja auch nicht vor 30 sekunden war ich erster kein link ist ja auch doch hat mir ich bin fünf da ich bin ich bin dann nicht mal ich bin nicht mal gegen das gefahren ja ich bin ja ich will ja kein wenn ich mich lenken kann ich kann auch kaum reifen verloren was denn sehr dramatisch ich habe es nicht gesehen ich habe es nicht gesehen ich habe gerade 102 sachen da sind posten in der gegenrichtung und ich bin damit sagen sachen ganz seelen alleine gas 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 da kommt doch im bus barbie aua ach da kommt noch ein bus entgegen ach so ist auch schon tot für mich weil ich hatte mich und im gleichen moment kommt einfach dieser bus von hinten und ich wollte mich zurücksetzen da kamen muss oder hat mir dafür hat mir vor kurzem hat er abgezogen jetzt kann man nicht er kann mir war bin ich jetzt warum bin ich jetzt so weit runter die war doch schon vor mir da und auch hier hat sich weiter gekommen herz habt ihr auto city dankeschön fürs zeichnen ja das war wieder eine sehr spannende folge wächst wir sehen das nächste mal wieder bis dann tschau tschüss da wurde sich noch